Hallo meine Lieben, willkommen bei einer neuen Folge zu Max Payne. So, wir sind letztes Mal stehen geblieben, in dem wir hier uns mit unserem vermeintlichen, war kein richtiger Buddy, war kein Freund, aber das war halt so ein Kollege von der Polizei betroffen haben. Aber der wird auch von der Regierung hier bezahlt und spielt gegen uns. Und wie so zum Teufel bin ich schon wieder fast tot. Egal, so wir sind auf den letzten Metern hier. Ich glaube es gibt noch drei Parts oder so. Sollte vielleicht noch so eine Stunde dauern, 90 Minuten vielleicht und dann sind wir hier durch. Sehr geil und was habe ich hier für Knarren? So, mal schauen. Und ich habe, glaube ich raus, oh, ich wollte gerade sagen, hä, wer ballert denn da auf mich? Shit. Oh Gott, okay. Yep, yep, natürlich. Ich habe wenig Leben, äh... Oh, das gibt es noch nicht. Ich habe schon wieder gut los hier, ey. Ja, das kriege ich nicht hin. Sorry, das geht so nicht. Ich muss anders vorgehen. Shit. Shit. Alter. Hast du gesehen? Wie viel der auslandert? Boah. Geht gleich weiter. Boom, 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 boom. Okay. So. Meine Herren, ey. Die haben ja richtig ausgehalten hier. Keine Muni mehr. Das ist natürlich dämlich. Shit. Okay. Okay. So. Jo, dann geht es weiter hier. Wirst du nicht, wann ich den zweiten Teil einschieben werde? Irgendwann auf jeden Fall. Der ist nochmal eine Nummer besser. Kommen wir auch hier durch oder so? Ne, was ist hiermit? Geht nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Ich gebe das Setting einfach. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich super wenig Leben habe. Aber ich habe... Bullet Time. Die ist natürlich am Start hier. Yeah. Boah. Wie die aushalten, ne? Wie die aushalten. Richtig viel. Ich wollte gerade sagen, ist klar. Wie viel der da ballert. Boah, ey. Unglaublich. Ey, was ist denn da los, Alter? Was haben die denn... Was halten die denn aus? Das ist ja unmenschlich. Oh! Der war geil. Der war geil. Der war geil. Okay. Boah. Die halten ja mehr aus als diese Regierungsleute hier. Und das sind... Was sind denn das für Leute? Das sind irgendwelche... Keine Ahnung. So Gangster oder so. Mit so einem Trenchcoat. Irgendwie hier rum. Oh boy. Okay. Ich muss ein bisschen in den Wegen bleiben. Gerade eben war es ganz gut. Okay. Puh. Exit. Exit. Geht nicht weiter. Boah. Hier gibt es gar keine Painkiller. Was ist denn da los? Ist doch unglaublich. Okay. Ups. Man sollte nur... Ähm... Oft genug meckern. Hä? Ach so. Ja, stimmt. Hier habe ich so ein... Das habe ich doch geändert. Na egal. Äh... Gut. War das so? Habe ich irgendwelche Muni? Äh... Du dummest Shotgun hier, ey. Bin ich doch gar nicht. Sinn. Boah. Da haben sie mich wieder gut... Ja geil. Haben sie mich wieder gut erwischt hier. Kacke, ey. Warte mal. Was haben wir denn hier? Ah, oh mein Gott. Da haben wir richtig viele. Ja. Sehr geil. Okay. Äh... So. Oh, Duel Ingrams. Die sind voll. Das lobe ich mir. Wie ist das, ihr Wichser? Okay. Der lädt immer noch. Ah! Guck dir das an. Guck dir das an. Shit. Ey, die halten aus, oder? Die haben... Die haben drei kugelsichere Westen an oder so. Jeder von denen. Boah. Halten die aus. Okay. Wunschst du wieder keine Pinkiner mehr? Shit. Naja. Ja. Das haben wir hier. So. Wollte kurz in die Ecke gehen. Oh. Uh. Das ist gerade noch. Wow. Shit. Wie die aushalten, ne? Das ist echt krass. Also, das ist, äh... Hart. Okay. Der ist tot. Sehr geil. Und ich habe keine Muni mehr. Haha. Die Idioten, ey. Gut. Boah. Was ballern die da drauf? Jetzt modiert der Wagen gleich. Gehen wir mal kurz ein bisschen rum hier. Oder haben wir einen? Boah. Fast zwei Magazine drauf geballert. Boah, ey. Haha. Also, jetzt wird es gerade richtig, richtig schwer hier. Jetzt wird es gerade richtig schwer. Wir sind, äh... Auf den letzten Metern. Max Payne ist sowas. Schwierigkeitsgrad eigentlich von einer echten... Von einer echten Hausnummer. Warte mal, der Colton hier, ne? Äh... Das Geile ist, wir kriegen halt richtig viel... Richtig viel Muni hier. Also, mit einem Mal kriegen wir halt... Fast die maximale Anzahl an Muni. Das ist sehr geil. Geil. Ah. Da hat es gerade wieder ein bisschen gehakt. Oh, halt auch ein Colt. Scheiße. Okay. Warte mal. Ich tue mir hier nochmal die Dynamo hier. Hä? Okay. Gut. Gut. Ja. Ich verstehe nicht, wie die mir immer noch eine mitgeben, weißt du? Wie die mir immer noch eine mitgeben. So, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall... Das hier... Gut schießen. Und jetzt mal gucken. Ich sehe noch keinen, aber die kommen ja schon gleich. Go, 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 go! Okay. Gut. Oh. Oh, 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 oh! Äh, jo. Jo. Genau. Genau. Pass auf. Pass auf. Oh. Oh, oh Gott. Das war nicht gut. Oh, nein. Nein, ich bin im Loop gefangen. Oh, mein Gott. Moment mal kurz. Oh, mein Gott. Das kriege ich nicht hin. Shit. Okay. Boah, ich dachte gerade, ich wäre in dem Loop gefangen. Oh, boy. Ah! Gut. Oh, der hat Panky da fallen lassen. Der Nettronym. Oh, zwei! Oh, noch einer! Oh, Gott, nein! Ja. Die Leute, ne? Das ist krass. Kann ich auch hier fixen? Hä? Nicht an Ernst. Die spawnen erst, wenn ich hier langlaufe. Guck mal. Ups. Die spawnen erst, wenn ich hier langlaufe. Was für Arschlöcher, ey. Okay, okay, da war noch einer, oder? Oder habe ich ihn getötet? Ja, zwei! War ich denn einer, ey? Ja, die Kommando ist noch am besten hier. Okay. 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 Manchmal sieht man die gar nicht. Boah. Also hier ist es gerade so unglaublich hart wie noch nie im Spiel. Auch bis zur Schlauphase. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Dann will er eine mit, ey. Ich glaube es nicht. Okay, sag mal hier. Ich glaube es nicht. Okay. Aber ich erinnere mich an die Flamen. Kann das sein, dass ich den gerade erwischt habe mit der Dingens? Ich dachte, den kann man gar nicht abschießen. Das wäre natürlich geil. Äh, ach, von vorne, okay. Warte kurz. Das ist echt. Ja, das geht nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin schon wieder so... Ich muss aufpassen, bis zum Gehtnichtmehr. Das ist schon wieder richtig beschissen hier, ey. Jeder kommt von links, rechts, vorne, hinten, ey. Ich bin so richtiger Gangbang hier. Scheiße, Mann. Erstmal hier weg, ey. Warte, warte. Okay. Der ist tot. Kriege ich den auch? Was? Okay. Dann müssen die Kugeln hier verschwenden. Wir haben genug davon. Warte, warte, warte. Deine, in der Ecke, weißt du? Ja, brennen sollst du. Ja. Okay. Überdauern einer. Ja. Im Flug erwischt der einen. Shit. Denkeler. Immerhin. Ich bin dankbar über jedes bisschen hier. Scheiße. Muni hier. Rekordchen brauche ich. Ey, leider nicht so viel Muni. Kommen sie doch gleich wieder an, ey. So. What now? Oh, wieder im Flug. Wieder im Flug. Ja, ja, ja. Wieder im Flug. Boah, zwei erwischt. Sehr geil. Okay. Manchmal sprick man auch so ein bisschen mit dem Schuhdeutschen da rein. Das ist ein bisschen ungünstig. Ah, was soll ich machen? Denkeler, warte mal gerade. Ich will es kurz ein bisschen aufladen. Ey, wie viel Stockwerk hat denn dieses Parkhaus? So unmenschlich. Äh, okay. Oh mein Gott. Der hat einen Granate, oder? Ich glaube, der wollte eine Granate werfen. Okay. Jack. Ah, der Jackhammer. Warte. Äh, wo ist der? Hier. So. Was? War das denn gerade? Hier können wir auch probieren. Das ist so ein, so ein, so ein, ja, das ist so eine Art Hochgeschwindigkeitsgewehr oder sowas. Also, das schießt halt, äh, großkalibrige, ähm, Geschosse ab. Mal kurz mal hier gucken, ob hier was... Ah! Ja, 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 warte mal, das kriege ich gerade nicht hin. Okay. Warte, 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 warte. Das sind, das sind zu viele hier. Hä? Ah, come on, Mann! Och ey, ist es... Manchmal ist es scheiße einfach nur. Manchmal nervt's. Mann ey, was soll man denn machen? Das ist so der, der, der Nachteil am X-Pain. Das ist so super viel Trial and Error. Boah, du musst das probieren, das probieren. Das ist halt scheiße. Boah! Ja, geil, da kommt er wieder an, weißt du? Boah, wie der, wie der einen einen gibt. Boah, ey. Obwohl, wenn das hier rum ist, wirklich, ich bin echt froh. Guck mal, guck mal, guck mal, wie der aussieht, guck mal. Hast du gesehen, hast du gesehen? Guck dir das an! Achso, das war, achso. Das war der, der Boss. Also das war der, 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 der Bulle. Labert irgendwas, weißt du? Das war der, der Bulle. Oh. Nein, ich muss das richtig machen. Oh. Shit, Mann. Hahaha. Okay. Like da, Ian! God. Ugh. Boah. Dieses Spiel ey, dieses Spiel. Ja. Oh boy. Ja. Max Payne. Whatever does it for you. This is Alfred Wooden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. So, das war's für die Folge auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Max Payne at large. I had just gotten my fifteen minutes of fame. I one, eight, четыure. I. Could I? Untertitelung. BR 2018